Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Force und gerade läuft es richtig, richtig gut und ich hoffe, es bleibt so. Es wäre sehr traurig, wenn nicht. So, ich baue hier auch noch so ein Äuglein hin und einfach nochmal einen Turm, weil wir können. So, und wir gehen weiter süden. Vielleicht brauchen wir die Türmchen da auch nicht, aber hey, wir müssen uns absichern. Ich überlasse hier nichts mehr dem Zufall. Aber gerade muss man wirklich sagen, wir semmeln uns hier durch. Ich weiß nicht, wie ein Messer durch Butter ist, wirklich wunderbar gerade. Oh, hier ist so ein richtig blöser, fieser. Okay, kriegen wir schon hin. Okay, da sind wir und los. Ich hoffe, der Priester steht nicht wieder irgendwo vorne mit rum. Das wäre doof. Das ist auch nur der eine und da ist er auch schon weg. Okay, mehr ist gerade nicht. Ich glaube, wir müssen langsam aufpassen. Hier kommt doch bestimmt gleich ein Spawnpunkt, oder? Da unten sehe ich doch schon, da wird doch schon geschossen. Ich sehe sie nur nicht. Oh, was haben wir denn hier? Okay, ich habe gespeichert noch von der letzten Folge. Also alles gut. Oh, okay, wir müssen hier irgendwie gerade alles auf einmal angreifen. Oh. Ja, das hier ist eine böse Stelle nochmal. Das hätte ich vielleicht jetzt nicht so reinrennen sollen. Da hätten wir ruhig nochmal vielleicht vorne ein Tüppchen, meinst du? Na, mal gucken. Wir haben Gutkrieger dabei. Das könnte schon funktionieren. Priester haben wir ja auch dabei. Okay, der Hexter oder was das hier ist, ein bisschen bedrängendes gerade. Ist hier noch irgendetwas? Nö, nur die Türme. Okay. Ne, Leute, macht doch erstmal... Hier ist noch ein Eiserner tatsächlich. Ansonsten würde ich ja erstmal gleich auf den Turm hier gehen. Okay, dann jetzt einfach... Ja, nehmt euch, was da ist quasi. Leute, wir haben hier unten noch zu tun. Okay, der wird gleich weg sein, der Turm hier. Hier, die stehen... Oh, hier ist ja auch noch ein Turm. Oh Gott, da ist ja noch mehr. Ui, äh, kommt mal da weg. Das sieht da ein bisschen gefährlich aus. Ich will die jetzt nicht überall verteilen hier. Nee, Leute, nicht so weit. Das da würde ich gerne gleich erst machen. In einem zweiten Schritt. Okay, da ist weg. Sehr gut. So, jetzt sammelt euch doch bitte nochmal einmal hier irgendwo links, bevor wir weiter rennen. Hier ist auch immer noch ein Türmchen. Wer hat hier gerade geschossen? Okay, nur der Turm. Weil ich würde gerne nochmal speichern. Gut, das lief gut. Wir haben immer noch 36 Leute. Wunderbar. Na, das sieht doch gut aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte fast, das wird jetzt ein richtig trauriger Versuch, wo wir alle drauf gehen. Muss ich ehrlich gestehen. Hätte ich jetzt fast erwartet. Und hier nochmal den ersten Turm. Ich schalte mal hier wieder ein paar Sachen an. Na, eigentlich greifen wir an. Aber okay. Man muss ja ganz ehrlich sein. Wie sind jetzt die, die hier eindringen und angreifen? Nicht umgekehrt. Die verteidigen sich her. Aber gut. Oh, was meine ich so genau nennen. Kann ich hier noch irgendwas? Oh, da unten gibt es immer noch. Wow, das ist ja hier Stück an Stück. Okay, das ist nicht so einfach, wie ich dachte. Hier kommt noch so einiges. Du musst doch ein bisschen aufpassen. Aber kaum Krieger. Die scheinen immer wieder loszurennen. Vorsicht. Du musst nur aufpassen, dass der Priester hier überall rankommt. Dann geht das schon. Oh, Entschuldigung, die wollte ich gar nicht wegziehen. Ich glaube, die sind hier nicht so gut bei den Türmchen, ne? Warte mal. Ziehen wir nochmal kurz Leute zurück. Nehmen wir hier mal... Oh, nein, 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 nein. Oh, der ist eingefroren. Verdammt. Ich kriege den gerade nicht. Ich komme mit dem Priester auch gerade nicht ran. Ah, Priester? Hier? Heilung? Nö. Okay. Nein, nicht. Blöd gelaufen. Was ist denn mit dem Turm? Hier, Leute. Ach, bitte. Jetzt muss ich hier wieder alles einzeln abfangen. Das ist immer ein bisschen nervig. Ach, Mann. Komm, alle zurück. Ja, ist das immer. Warum können die nicht einfach mal den Turm nehmen, den man ihnen gibt? Ich verstehe das immer nicht so. Ja, ich weiß schon, dass die Überschüsse, die quasi nicht mit angreifen können, dann das nicht machen. Ja, der Brander ist da auch so ein bisschen fehl am Platz gerade. Die schon eher, aber nicht alleine. Ja, jetzt rennt er. Guck, aber hier. Warum nicht? Der Brander kommt gerade nicht weg, ne? Der ist immer eingefroren, glaube ich. Hier, den Turm. Naja, kann ja nicht immer so schön laufen, wie man es gern hätte. Ja, bring dich doch um. Warum die nicht den Turm machen, den man ihnen gibt? Ich verstehe es nicht. Das hier sind auch Türme. Warum gehen die von dem Turm weg, um den Turm da unten anzupeilen? Ich weiß nicht. Manchmal finde ich das Spiel ein bisschen eigenartig in seinen Entscheidungen. Also in der KI einfach ist es manchmal ein bisschen komisch. Was wir mal machen müssen, ist vielleicht hier mal den Typen neu dazu holen. Das ist der zweite von rechts. So, jetzt könnt ihr von mir aus gerne reinrennen. Hier ist ja niemand mehr. Komm, macht. Habt Spaß. Wir müssen nur auf unsere Helden aufhören. So, du kannst auch herkommen. Guck mal hier noch ein bisschen was anschmeißen. So, und dann tobt euch einfach aus. Da kommen sie alle. Wunderbar. Warum stehst du doof rum? Weiß ich nicht. Hier um den Turm will sich gerade auch niemand so richtig kümmern, hab ich das Gefühl. Ja, also eigentlich... Mehr können wir nicht machen, außer Türme zerstören. So, kümmert euch mal hier ein bisschen. Da ist auch nichts mehr zu tun. Dann nimmt mal den Turm da hinten. Ihr könnt bitte auch irgendwo mitmachen. Was habt ihr hier? Okay, ist gut. Der unten zumindest. Wollt, das Wolfsheulen hier ist gerade ein bisschen übertrieben, oder? Hört hier auch mal wieder auf? Ja. Wir werden angegriffen. So, hier oben ist noch ein Spawnpunkt, Leute. Macht mal bitte. Und ihr dürft hier gerne euch an dem Turm ausschlagen. Aus Turm. Oh, was haben wir denn da schönes bekommen? Für die Elfen? Ich glaube, wir haben da endlich mal was bekommen, dass wir Truppen machen können. Äh, nicht Elfen. Doch, Dunkelelfen, ne? Ne, ist immer noch nicht. War das Gebäude? Ich dachte, das wäre ein Kriegerzeichen für die Dunkelelchen. Warte mal. Hier. Hexer. Ja, wir müssen es aber natürlich noch reinziehen. Das wäre dann gut. Und hier auch irgendwas. Auch nichts. Onyx-Turm. Nein, das ist... Ach, nee. Kann im Spiel gebaut werden, sofern... Ja, was machst du? Das ist auch wieder so ein Abwehrturm, ne? Aha, Onyx-Turm brauche ich, um Hexer zu produzieren. Okay. Ja, ganz ehrlich. Wenn wir gerade dabei sind, können wir das doch mal bauen lassen, oder? Hier, baut mir mal so ein Onyx-Türmchen fest. Sehen wir es ja noch. Alles, was ihr wünscht. Na gut, der arbeitet da gerade. Den will ich jetzt nicht holen. So, wie sieht es denn hier aus? Das ist ja schön, dass wir da neue Blaupausen bekommen haben. Jetzt haben wir da auch mal eine Einheit, die kämpfen kann. Das finde ich ganz schön. Das freut mich sehr. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben noch 28 Leute. Wo sind meine... Meine... Verstanden. So, du willst dich nämlich unserem Trupp mit anspuppen. Bereit. Die Rune befehlt. Die Rune befehlt. Klamm-Brüder zu mir. So. Ist das jetzt richtig? Hab ich... Nee, das haben wir schon wieder ein. Ach komm, ich mach das so. Ist mir immer zu umständlich. So, 6. Das Ding ist auch Geschichte. Wunderbar. Wo will der hin? Da oben. Ist es fertig? Na gut, das dauert noch ein bisschen. So, dann speichern wir nochmal. Wir wollen uns ja unseren Erfolg nicht nehmen lassen. Boah, das Holzholz könnte jetzt aber auch langsamer. Ganz ehrlich. Na los. Ah, was haben wir denn da? Ein Zwerg? Ein Dunkel-Elfen-Monument. Entschuldigung. Dachte erst, es wäre ein Zwerg. Haben wir hier noch? Okay, ich weiß nicht genau, warum wir das hier haben, aber... Ich will mich nicht beschweren. Wahrscheinlich kommt es jetzt noch richtig böse, ne? Wahrscheinlich, oder? Oh, sieht gar nicht so böse aus. Ein paar der Eisernen und scheinbar mit den Frostwesen zusammen. Mit den Frostwohnen. Ist okay. Dann vier, komm mal her. Aber hier ist ja nix. Ah gut, ich muss wahrscheinlich oben erwirtschaften und dann... Hier nur die Sklaven und Hexer zum... Achso. Wahrscheinlich wirklich, damit ich die Hexer hier gleich habe, ne? Das wird es wahrscheinlich sein, damit ich den nicht so weit von da oben hochholen muss. So, aber ich kann noch keine machen, ne? Ach, da ist fertig. Okay. Das ist so wichtig. Der Onyx-Turm ist fertig. Dann müsste ich jetzt hier... Aber die mache ich natürlich hier. Hier mit rein. Oh, wunderbar. Jetzt haben Hexer. Magier mit einer Robe und einem Zweihandstab. Zauberschmerz. Sehr schön. Na, die werden sie ja mit Nenn 4 super verstehen, mit unserer kleinen Hexer. Das freut mich ja sehr. Also, wir warten mal ein bisschen. Die würde ich mich gerne mal mitnehmen und ausprobieren. Und wie komme ich denn hier hin? Hier rum, ne? Irgendwie? Oder hier? Ne. 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 Okay. Irgendwie hier so. Hier sieht es sehr voll aus. Aber ich glaube, das sind auch eher Türmchen und so versprengelte Einheiten. Auch nichts wirklich Böses. Oh, sieht schick aus, wahr? Hier mit diesem... Mit dem Schulterschutz da? Ja, schön. Na gut, hier ein bisschen schlecht gepanzert. Aber gut, sind ja Hexer stehen ja in der hinteren Reihe. Boah, sind die groß. Also, im Gegensatz zu den Sklaven, das ist echt krass, ne? Guck mal, hier den Unterschied auch zu den Orks. Und die Sklaven sind ja so ganz kleine Verkrüppelte, eher wie unsere Grenzen. Cool. So. Mehr geht nicht. Achso, wir haben schon die Einheiten leider voll. Äh, wir können mal gucken. Ähm, wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn? Hier. Haha. Wir können nämlich schon 50 haben. Na, dann her damit. Noch ein paar Hexer. Ich nehme mal an, dass die auch ganz gut für uns sein werden hier auf der Karte. Sonst könnten wir sie wahrscheinlich nicht bauen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ganz naiv. So, wir müssen dann natürlich noch... Ich würde gerne auch 50 haben, muss ich ehrlich sagen. Weil wenn es geht, warum dann nicht? Äh, ne. Hier darf ich keine Hexer stellen. Das wäre schlecht. Hier allerdings kann ich noch ein paar Orks machen. Die sich noch gerne hier mit dazu gesellen können. Irgendwann können wir die mal abholen. Ja, hier die Sklaven stehen gerade auch ganz umsonst drum, ne? Ihr könnt eigentlich... Eigentlich hier hinkommen. Das machen wir mal. Wir schicken ihn gleich mal. Geile Meister. So, wie sieht es aus? Noch ein bisschen. Hatten zum Glück auch genug Aria. Sehr schön. Ne, Aria ist es, was man braucht. Aria 80 braucht man nur. Sehr gut. Also da haben wir echt genug hier. Wir sehen es. Aber gerade macht es wieder richtig Spaß. Es ist immer so schön, wenn dann der Erfolg kommt bei Spellforce und man wirklich auf einmal einen Stand hat auf der Karte, wo man alles abgesichert ist. Wo man einfach nur durch die Gegner noch durchsammelt. Ah, ich liebe es. Aber dafür muss man halt aus Fehlern lernen. Und das ist halt das Schöne. Deswegen freut man sich auch. Man hat jetzt hart lernen müssen. Hat voll auf die Fresse bekommen quasi. Entschuldige meine Ausdrücksweise. Aber so ist es, ja. Und jetzt hat man daraus gelernt und, ja. Mit dem Gelernten kann man endlich zurückschlagen und den Gegner hart auf die Fresse hauen. Ich finde das ah, toll. Richtig schön. Da verfalle ich auch mal ein bisschen in Jugendslängen. Ist wahrscheinlich gar nicht mehr Jugendslängen. Bin wahrscheinlich schon zu alt, um zu wissen, wie die Jugend redet. Aber egal. Ich muss mal einen Schluck trinken. So. Ach schön. Ich freue mich gerade einfach nur sehr über diesen erfolgreichen Lauf hier. Und ich habe schon Angst, wenn dieser erfolgreiche Lauf endet. Aber daran wollen wir noch gar nicht denken. So. Wie sieht es hier jetzt aus? Oh. Oh. Ich dachte. Hä? Wie komme ich denn da hin? Ich dachte, ich würde erstmal hier hinkommen. Okay. Das ist scheinbar das letzte Anlaufziel. Wir müssen hier scheinbar wirklich einmal so durchschneisen. Also eine Schneise machen. Okay. Dann tun wir das. Sofort. Wer rettet uns? Ich habe es nicht ganz verstanden akustisch. Egal. Wir machen das schon selber. Hier haben wir noch ein Frostwesen. Den würde ich ganz gerne mal schnell rausnehmen. Ich hoffe, das funktioniert. Nein, nicht ganz. Gehen wir schon mal hin. Hier ist... Oh. Hier ist aber... Okay. Das wird wohl ein bisschen böser werden hier. Ich muss sehr auf unsere Leute achten. Auf unseren Priesterverein. Alles klar. Und Land 4 natürlich. Okay. Gerade ist nichts, was ich so angreifen kann. Sie da hinten ignorieren uns gerade irgendwie hart. Den sind wir scheinbar egal. Ja, natürlich die Hexer. Ihr müsst natürlich reinrennen. Das ist eine ganz gute Idee. Die jeder hat. Okay. Ich kriege mal die Gegner nicht angesiedelt. Ihr könnt ja auch noch ein bisschen mehr machen. Ja, Leute. Türmchen müssen auch weg. Wir haben keine richtigen Einheiten, die sich so gut um Türme kümmern können. Na, bis so ist das okay. Und jetzt kommt natürlich auch der Dicke hier. Wir gucken mal, was wir so machen können. Wieder zu mir. Feindlicher Angriff. Okay, Priester steht in Sicherheit. Land 4, naja, gerade so. Oh, da ist er schon weg. Oh, das ging ja schnell. Na, wunderbar. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Kriege ich hier noch einen anvisiert, ja? So, gucken wir mal was. Oh, Priester ist gerade ein bisschen schon verletzt worden. Okay. Da ist noch ein Eisernack. Den hat es uns aufzuhauen. Okay. Haben wir noch mehr? Ne, das war es schon hier. Okay, gut. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir hier auch schon einen Zwischenstopp, wo wir nicht viel machen müssen. So, bitte helft mal so ein bisschen. Priester am besten in die Mitte, damit er alle mal erreicht. Okay. Was, wir sind der Tod? Hast du den Texons Maup geklaut? So. Ja, aber. Ach, schön. Aber hier, guck mal. Hier sehen wir schon, da sind wieder ganz, ganz, ganz viele. Kann ich noch mal hier ein paar Hexerchen haben? Ich habe zwar das Gefühl, dass unsere Brander besser sind. Ich weiß nicht genau, habe mich so ganz drauf geachtet. Aber die Hexer kriegen wir gerade einfach schneller ran, muss ich ehrlich sagen. Oh, hier können wir den Dicken auch noch. Oh. Oh, Schulterpanzer eines Prinzeps. Okay. Was haben wir... Ich komme nicht ran. Ach, die habe ich schon gelootet? Hä? Äh, okay. Nicht mitbekommen. Ich dachte, ich hätte gerade das große Viech hier in der Mitte gelootet. Naja. Was auch immer ich da gerade gelootet habe. So, dann würde ich hier aber gerne nochmal zwischenspeichern. Weil das war ganz gut eigentlich. Das würde ich mir ungern nehmen wollen lassen, den Erfolg. Wir warten hier auf die Hexer noch. So, ihr geht bitte mit hier hin. Die fassen wir dann gleich zusammen. Oder muss ich mal die Helden rausnehmen? Das klappt besser, ne? Weil man die Helden einzeln nimmt von den anderen Truppen weg. Das klappt tatsächlich besser, habe ich das Gefühl. Ja, ich weiß. Ich switche schon wieder auf der Karte hin und her, was ich nicht machen soll. Ich mache es aber gerne. Die lasse ich noch hier, bis wir sie mal brauchen. Können die da ruhig warten. Ah, guck mal, hier hat sich noch ein einzelnes Frostwesen verwirrt. Vielleicht ist da auch noch irgendwas. Ich sehe es ja hier gerade nicht auf der Karte. Hier ist auf jeden Fall auch nochmal rechts was. Ein Seensteinchen. Komme ich da schon hin? Ne, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Wir können auf jeden Fall dann gleich runtergehen. Hier geht es auf... Ah, guck mal, hier. Ah, aha. Ja, gut, warum nicht? Denn, warte mal, ich kann ja die Helden schon mal hier hinschicken. Sieht irgendwie nie so aus, als wäre da groß was. Oh, und da sind auch schon diejenigen. Ja, wir sind der Tod. Ist okay. Habt ihr euch gut beim Hobbit abgeguckt. Hat es Mauck schon gesagt. Und fünf Minuten später war er dann auch tot. Das war, naja. Traurig. Äh, hier hab ich schon ein bisschen... Nein, weiß nicht. Könnte ein bisschen doller werden. Obwohl, eigentlich... Eigentlich nichts Weltbewegendes hier. Auch nur so die Kleinen, ne? Das sind ja gar keine Großen. Das sind ja nur Kleine. Eigentlich nicht sehr beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Ne, irgendwie gar nicht. Hatte ich doch gerade irgendwie mehr Angst, dass... Also, weil es hier einfach so viel aussah. Aber es ist, glaube ich, nicht so viel. Wir gehen erst mal hier hin. Wir räumen erst mal hier auf. Auch wenn vielleicht dann die... Rechts da vor... Ich weiß nicht, ob da ein Spawnpunkt ist, wo die auch nach oben... Vorbeistürmen könnten. Das wäre aber wohl erfahren, dass wir mal woher fahren müssen. Auf die harte Tour. So, hier ist ein bisschen problematisch, dass es so eng ist, ne? Das macht's ein wenig... Doof. Und los! Ein ehrloser Hinterhalt. Ein ehrloser Hinterhalt? Meint er unseren selber? Weil wir machen hier gerade den ehrlosen Hinterhalt eigentlich. Die Schlacht ist nahe. Leute, kommt mal alle her. Oh, was ist denn hier los? Hä? Warum ist denn da so klein und wird jetzt gerade groß? Das sah ja gerade komisch aus. Das ist ein Fehler. So, kommt mal alle her und sammelt euch irgendwie, wenn das möglich ist, hier auf dem kleinen Fleckchen. Wo ist das denn? Ach, von den Hexern, ne? Ach, wie süß. Ruhm und Ehre. Ja, Ruhm und Ehre. Da macht man. Ah, wir sitzen hier sehr in der Patsche, finde ich. Das ist wahrscheinlich hier das Harte an der Stelle, dass man so hier auf der Enge sitzt. Quasi wie bei uns hier mit den Türen. Kommt man da überhaupt dran? Ich weiß nicht so genau. Aber wir überstehen das eigentlich ganz gut, ne? Äh, Leute, ihr könnt auch gerne mitkommen hier. Oh, ich kann sogar die Skelette schicken. Aha. Das ist ja auch schön. Stehen hier noch mehr? Ne, nicht so richtig. Okay. Hätten wir auch geschafft. Dann rein hier. Ja, richtig rein. Und den Spawnpunkt gleich mitnehmen. Die da oben könnte sein, wenn das war die noch nicht mal Pullen bei der Aktion. Ist hier noch irgendwas? Wir müssen gut nach Kisten gucken. Nicht, dass ich wieder die Hälfte übersehe. Entfick kann ein bisschen mithelfen. Ja, ich weiß, dass wir feige sind. Auch wenn der Gegner meint. So. Da haben wir noch was Schönes. Gucken wir uns alles später an. Mache ich jetzt nicht. Dauert mir zu lange. Und man kann ja nicht Pause drücken. Das ist immer ein bisschen doof. Deswegen gucke ich mir die Items eher danach an. Wenn ich es dann nicht vergesse. Oh, da ist auch schon Geschichte. Mache mir hier noch ein paar Sachen an. So, ich glaube, hier sind jetzt keine Kisten mehr. Ich gucke immer über den Bildschirm, um noch welche zu entdecken. Aber nur... Ich glaube, wir sind durch, ne? Hier ist auch kein Gegner mehr. Ne, sehe ich auch keinen orangenen Flecken mehr. Gut, dann haben wir die Seite fertig. Da kann uns keiner in den Rücken fallen. Hinterhältig. Und dann können wir hier... Warte mal, wo ging es hier weiter? Dahin? Genau, wo sind die Gegner? Da können wir hier eigentlich einen super Cut machen, tatsächlich. Das passt sehr gut. Okay. Ja, Leute. Dann hoffe ich auch diese... Mann, warum switchen das immer rum? Dann hoffe ich, dass euch auch diese Folge gefallen hat. In der wir ebenfalls wieder erfolgreich durch die Reihen der Gegner geschnetzelt sind. Und ja, wenn euch die Folge gefallen, gerne ein Like gelassen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.